Wie realistisch ist das System des Bruttonationalglücks für Deutschland? Ich glaube, dass es gut wäre, das wenigstens parallel zu ermitteln. Wir werden uns kaum von unseren gesamten Messmethoden verabschieden können. Das muss auch nicht sein. Aber andere Messmethoden parallel anzuwenden, das halte ich auch für ein Industrieland für Deutschland für durchaus überlegenswert. Was macht Sie persönlich glücklich? Persönlich glücklich macht mich, Zeit zu haben für Dinge, die mir wichtig sind. Vielen Dank, tollen Abend. Danke. Dankeschön.